Das war's mit dem Video. Morgen, vielleicht morgen, vielleicht morgen, ich glaube ich sollte mal wieder ein Video machen. Oh Mann, Alter, ich bin so ein Kek geworden. Hey Leute, was geht? Gute zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich inaktiv war. Aber ja, kein Problem, ich meine, ich hab mich ja so gut wie gar nicht verändert. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich doch die 500 Abonnenten erreicht, wo ich mich frag, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich eines Morgens aufgewacht und dachte mir, ich hab einfach richtig Bock zu streamen. Deswegen habe ich mir jetzt in den letzten zwei Monaten ein wirklich fettes Streaming-Setup aufgebaut. Ich habe mir so tausend Sachen gestellt, von Maus zu Tastatur, zu Kameras, Bildschirmen und lauter Computer-Dateien, alles mögliche. Und dieses Streaming-Setup befindet sich gerade hinter mir, allerdings werdet ihr es nicht in diesem Video sehen, sondern es wird kommende Woche ein Video dazu geben. Ich wollte mich hiermit einmal kurz bedanken für 500 Abonnenten, weil es jetzt nicht genau, was ich sagen soll, weil irgendwie habe ich ja nichts gemacht. Andererseits wollte ich euch eben darauf hinweisen, dass ich ab sofort live streamen werde auf Twitch. Twitch, Davi, TV. Deswegen schaut auf jeden Fall mal rein morgen Abend um 19 Uhr gibt es den allerersten Livestream, also seid auf jeden Fall dabei. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es ein fettes Video zu meinem ganzen Streaming-Setup, Equipment, allem was dazugehört, was das alles gekostet hat und so weiter. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, um dieses Video nicht zu verpassen und die kommenden Videos. Und warum? Ganz einfach, weil ich jetzt auch weiterhin wieder auf YouTube-Videos machen werde. Genau, und da bin ich mal richtig gespannt, wie das wird. Aber ich habe mir wirklich einen kompletten neuen PC zusammengestellt, eine neue Kamera gekauft, Mikrofon, alles neu gekauft, meinen ganzen Schreibtisch umgebaut, nur damit ich streamen kann. Und ja, ich weiß, ich werde jetzt nicht sofort steigen. Ich werde wahrscheinlich am Anfang mit drei, fünf Zuschauern anfangen. Aber ich würde mich sowas von riesig freuen, wenn ihr einfach mal rüberschaut auf Twitch, unten, erster Link in der Videobeschreibung, um mir zu sagen, was eure Meinung ist, wie ihr den Stream findet und vielleicht einfach einen Follower lässt. So ein Follower wäre schon echt schmackhaft. Und was ich alles streamen werde, alles. Von Gaming, zu Horrorgames, zu Reactions, zu allem möglichen. Also ich habe so Bock einfach und deswegen bitte, bitte, bitte seid dabei. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank, dass ihr dieses Video seht, obwohl ich zwei Jahre nichts gemacht habe. Danke für die 500 Abos. Naja, und ansonsten würde ich sagen, morgen 19 Uhr oder ihr werdet es bereuen. Bis zum nächsten Mal.